wieder auf katja art und weise begrüßt heute ist nämlich ein sehr besonderer tag für mich ihr kennt ja mein leben meine ups und downs von der kleinen youtube pro die videos über ihre brüste macht die mit random leuten rummacht die erzählt mit wem sie gerne würde und die sich nie geschämt hat die einfach alles das gemacht hat was niemand sich getraut hat bis zur businesswoman und ihr wisst ja ich habe die bitspiegel rausgebracht mit meinen traurigen stories über mein leben mit den stories wie ich erfolgreich geworden bin obwohl ich eben so bin und ihr seht mich ja wie ich bin und auch mit den sexuellen stories ich habe das buch rausgebracht und es ist auf platz eins gegangen und ich bin sehr dankbar dafür und weil ich sehr dankbar für euch bin habe ich mir gedacht ich nehme euch noch ein hörbuch auf viele von euch wollten das nicht jeder liest gerne oder man will sich das einfach noch mal anhören aber halt gesprochen die meisten machen das so dass sie es vorlesen lassen jeden seins ich dachte mir aber ihr seid es mir wert dass ich es euch mit meiner stimme vorlese mein leben mit meiner stimme ich saß stundenlang daran und habe geheult wurde geil habe gelacht also das war schon sehr sehr krass das vorzulesen und es wird übelst geil sich das anzuhören viele von euch haben sich ja die cd geholt die ist hier bei mir auch irgendwo da oben die cd geholt vom hörbuch und jetzt ist es auf allen streaming portalen ab heute streambar gönnt euch das nehmt auseinander hört euch das an ihr werdet dadurch selbstbewusster und ihr werdet auch alles über mich erfahren jedes kleinste detail und es ist einfach sehr krass auf jeden streaming portal ich balle euch gleich im anschluss jede einzelne streaming portal rein mit dem link da könnt ihr euch das gönnen und postet das gerne ihr wisst ja ich reposte und antworte ein paar Ltd